Die 2015 gegründete Senda GmbH aus Berlin gehört zu den erfolgreichsten Start-Ups des Landes. Senda ist eine digitale Spedition und betreibt eine Plattform, die gewerbliche Verlader mit tausenden, meist mittelständischen Spediteuren zusammenbringt. Diese können sich auf der Plattform registrieren, erhalten dort Aufträge und reduzieren so die Zahl der Leerfahrten ihrer Lastwagen. Mit diesem Geschäftsmodell ist Senda Europas führender digitaler Straßenspediteur, der über 12.500 LKWs in ganz Europa verwaltet. Untertitelung des ZDF, 2020